Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch ein kompaktes Nachtsichtgerät für den Einsteigerbereich vor und zwar das Bresser Nightspy 1.7x24 hier mit Generation 1 Röhre. Es ist klein, leicht und hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr dazu gibt es jetzt im Video, also viel Spaß. Das Bresser 1.7x24 ist ein analoges Nachtsichtgerät mit integriertem IR-Feller. Mit den Maßen von 14,5 cm in der Länge, 8 cm in der Breite und einer Höhe von 6 cm ist es kompakt und dadurch sehr gut für unterwegs geeignet. Es passt gut in eine größere Beintasche oder lässt sich mit der mitgelieferten Tasche am Gürtel tragen. Mit einem Gewicht von ca. 360 g inklusive Batterie trägt das Nightspy nicht zu dick auf und auch längere Beobachtungen ohne Stativ sind angenehm. Auch die Haptik und die Verarbeitungsqualität machen einen guten Eindruck. Das Spritzwasser geschützte Gehäuse besteht aus Metall und ist mit glatten, gummierten Kunststoff ummantelt. Durch die ergonomische Form liegt es sehr gut in der Hand und auch das Einstellen der Dioptrien und das Fokus funktioniert sehr präzise. Eingestellt werden kann das Okular von minus 4 auf plus 4 Dioptrien und der Fokus am Objektiv von einem Meter im Nahbereich bis auf unendlich. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 24 mm und einer Fixvergrößerung von 1,7 mit der ihr größere Bereiche gut absuchen könnt. Allerdings ist der Vergrößerungsfaktor für kurze Distanzen ausgelegt und für längere Distanzen zu klein. Die Linse ist vergütet und hat einen leichten Blauschimmer. Kommen wir jetzt zum Absehen. Der Seefeldwinkel beträgt 14,28 Grad, was auf 100 Meter ein Seefeld von 25 Metern ergibt. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man einen größeren Bereich beobachten möchte, um dann eventuell andere Geräte mit höherem Vergrößerungsfaktor einzusetzen. Die Abbildungsqualität finde ich für ein Gerät dieser Preisklasse recht gut und auch die Randunschärfe hält sich in Grenzen. Bei Dämmerung kommt das Nightspy gut ohne den integrierten IE-Auffäller zurecht. Sollte es allerdings in dunkle Bereiche ohne Restlicht gehen, ist ein Arbeiten ohne den Auffäller nicht möglich. Laut Hersteller beträgt die Infrarotreichweite bis zu 100 Meter. Diese Angaben beziehen sich allerdings auf einen Test auf einem offenen Feld und bei einem Viertelmond. Bei meinem Test im dunklen Wald ohne Restlicht war bei 50 Metern Schluss. Der IE-Auffäller arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 850 Nanometern und machte einen hellen Spot in der Mitte des Seefelds. Anzumerken ist, dass das Seefeld bei Dunkelheit fast komplett auf den IE-Auffäller reduziert wird, da der nicht ausgeleuchtete Teil zu wenig aufgehellt wird. Von außen erkennt man den IE-Auffäller mit einem leichten Glimm, das allerdings nicht so stark auffällt. Betrieben wird das Monokular übrigens mit einer CR123A Batterie. Die Lebensdauer beträgt dabei ohne IE-Auffäller ca. 60 Stunden und mit IE-Auffäller ca. 15 Stunden. Danach wird die Batterie hier über das Batteriefach gewechselt. Auch hier ist mir wieder die hochwertige Verarbeitung aus Metall aufgefallen. Die Bedienung des Nightspies ist einfach. Über den ON-Knopf wird es ein- und ausgeschaltet und über den IR-Knopf wird der IE-Auffäller dazugeschaltet. Die rote LED zeigt an, dass der IE-Auffäller aktiv ist und die grüne zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Falls ihr das Gerät bei Tageslicht auf Funktion prüfen wollt, achtet darauf, dass die Objektivkappe auf dem Objektiv ist, da das Gerät sonst beschädigt wird. Bei Dunkelheit könnt ihr sie abnehmen und wenn die Befestigung der Kappe beim Beobachten stört, der kann sie vom Batteriefach lösen und nur die Kappe verwenden. Danach müsst ihr nur noch den Fokus und die Dioptrien einstellen und das Nightspies ist einsatzbereit. Einen Stativanschluss gibt es bei dem Monokolan nicht, was aber nicht besonders schlimm ist. Durch das geringe Gewicht und die Größe lässt sich auch ohne Stativ angenehm und ruhig beobachten. Für das Tragen am Handgelenk wird noch eine Handschlaufe mit Schnellverschluss mitgeliefert, die am Gehäuse befestigt werden kann. Mit dem Lieferumfang ist noch eine CR123A Batterie, ein Putztuch und die schon erwähnte Tragetasche. Kommen wir zum Fazit. Ja, das war das Presa Nightspot 1.7 A24. Mir gefällt es gut, es ist wirklich klein, leicht und der Preis ist angemessen. Auch die Qualität stimmt und die Leistung ist für die Klasse absolut okay. Man bekommt zwar kein Gerät, das die Nacht zum Tag macht, aber mit der Erwartung sollte man noch nicht an das Thema rangehen. Es eignet sich gut für einen Anfänger zum Beobachten oder für diejenigen, die gerne mal nachts nach dem Rechten sehen wollen. Allgemein hat mir noch gut gefallen die gute Verarbeitungsqualität und das kompakte Design. Es passt wirklich in jeden Rucksack und man muss sich lange überlegen, ob man es mitnehmen will oder nicht. Ja, bei den negativen Punkten habe ich den kleinen IR-Feller. Der könnte ein bisschen stärker sein und der Abstrahlwinkel ein bisschen größer. Ansonsten kann ich nicht meckern. Wichtig ist jedenfalls, dass man bei den Nachtsichtgeräten im niedrigen Preissegment nicht zu viel erwartet. Umso mehr man dafür ausgibt, umso besser wird die Leistung auch meistens. Und deswegen finde ich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für das Gerät hier absolut okay. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal.